Tipp 43. Vermeide den Sägeblatt-Effekt. Manuel sitzt an den Hausaufgaben. Aber immer, wenn er sich auf die Aufgaben konzentrieren möchte, kommt etwas dazwischen. Mal kommt seine Mutter rein, oder es klingelt sein Handy, dann wiederum schaut er aus dem Fenster, mal blättert er auch in einer Computerzeitschrift, spielt mit dem Gameboy, dann meldet sich sein Hund, seine Schwester läuft kreischend über den Flur. Die vielen Störungen bewirken, dass er bereits zwei Stunden am Schreibtisch sitzt, aber noch keine Aufgabe zu Ende gebracht hat. Und wie fühlt sich Manuel? Total geredert. Sein Kopf brummt und er hat überhaupt keine Lust mehr weiterzumachen. Manuels Konzentration ist ein einziges Auf und Ab. Das kostet eine Menge Kraft und daher fühlt sich Manuel auch gestresst. Er schafft es nicht, mit seinen Gedanken bei der Aufgabe zu bleiben, weil er ständig abgelenkt wird oder sich selbst ablenkt. Diesen Effekt nennen wir Sägeblatteffekt. Wohl jeder Mensch, ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, weiß aus eigener Erfahrung, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Seinen Namen hat der Sägeblatteffekt von dem Gedanken, dass bei Dauerstörungen die Konzentrationskurve wie ein Sägeblatt verläuft. Sowohl in der Schule als auch zu Hause kannst du diesen Störungen beim Lernen und Arbeiten ausgesetzt sein. Dein schwätzender Tischnachbar, die lauten Schüler auf dem Schulhof, dein kuschliges Haustier, deine wilden Geschwister oder selbst deine fürsorgliche Mama, die während der Hausaufgaben wissen will, na, kommst du mit der Matheaufgabe klar? All das können Störungen sein, die deine Konzentration unterbrechen oder verhindern. Wirst du im Laufe einer Lerneinheit häufig gestört, musst du dich oft wieder neu konzentrieren. Gerade das verlangt einen hohen Energieaufwand. Volle Konzentration wirst du nach einiger Zeit schließlich kaum noch aufbringen können. Die Folgen sind Erschöpfung, Frust und Lustlosigkeit. Folgende Strategien können dir dabei helfen, den Sägeblatt-Effekt zu vermeiden. Strategie 1 Fertige eine Tagesuhr für deine Zimmertüre an. Je nachdem, wo der Zeiger der Uhr steht, darf das Zimmer betreten werden oder nicht. So wirst du von Familienmitgliedern nicht unnötig aus deinen Gedanken gerissen. Ein Beispiel für eine solche Uhr findest du auf Seite 16 im Begleitheft. Strategie 2 Richte eine Gedankenbox für störende Gedanken ein. Immer wenn ein Gedanke so stark wird, dass er deine Konzentration auf die aktuelle Lernaufgabe verhindert, solltest du diesen Gedanken auf einen kleinen Zettel schreiben und ihn dann in die Box werfen. So ist der Gedanke zwar erst einmal aus dem Kopf, aber nicht verloren. Nach dem Lernen kannst du deine Gedankenbox öffnen und dich wieder den Zettelinhalten widmen. Und Strategie 3 Lege Strategien gegen Konzentrationskiller fest. Anhand der Checkliste auf Seite 17 im Begleitheft beseitigst du vor dem Lernen alle möglichen Konzentrationskiller. Kreuze die Strategien an, die du sofort in die Tat umsetzen möchtest. Schaue dir die Tabelle deiner Konzentrationskiller auf Seite 13 noch einmal an und ergänze dort deine entsprechenden Strategien. Klatschst, schaue dir die Tat umsetzen möchtest. nah, das ist jetzt schon mal an. E rất Jesús. ligien GmbH beim Zettelung Schaue dir die Tat umsetzen möchtest. Schaue dir die Tat umsetzen für den Tat umsetzen für den Tag umsetzen. Vielen Dank.